Yeah, Chakamara. Es geht los hier mit dem Intro. Das ist voll geil, wie es sich dreht. Und es ist fertig mit drehen. Bumm, 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 bumm. Lied, Lied, Rrrrrr, bumm. Und es ist explodiert. Hammermäßig, wie das hier abgeht. Hallo und herzlich willkommen zum Backdown. Man kann nichts mehr spielen in diesem Spiel, wirklich. Ab normal. Wenn man nicht mal Stock und Stein geht. Spiele in der Lage. Also ich alleine. Ich will es nicht mehr spielen. Outputs. Chai ist ein bisschen meine Basis. Und... ...how wir ein paar Diefreignen. Und ja... Ist das ehrlich nicht zu nehmen? Ah, aber sie sind gar nicht mit Kellen. Wir müssen wissen, Heaven ist ja ganz schön unfair und deswegen tun wir es. Weil es sind ja nette Kicken, die wir haben. 1 vor Orbi, nein 2. Ah, jetzt 1 vor Orbi. Sean, du bist in meinem Gegner-Team, ne? Also, bitte nicht töten, okay? Ja, bitte. Jetzt bin ich auf jeden Fall 1 vor Orbi. Im Haus. Aber ich kann gucken, wo sie sind. Also, einer ist gerade bei... Pass auf, einer zieht gerade aufs Haus. So, jetzt nicht mehr. Ich glaube, einer geht jetzt rein. Nein, doch nicht. Hey, hier ist der Typ bei der scheiß Shotgun. Und kriegt die nicht weg. Schlechter Boy. Von wo kommt ihr? Äh, bei A. Wo bist du? Ich komme dann eben zu dir. Bei uns im Haus. Hey, versuch durchzubauen. Hey, brauchst du nicht mehr. Ich hab alles. Ne. Was? Bist du schon gestorben oder lebst du noch? Ich lebe noch. Ich lebe noch. Wie bist du denn vor? Äh, noch drei. Ja, weil einer hat gerade entstanden. Ja, ich. Ach, hast du jetzt schon? Ja. Ah, ist vorsichtig. Oh, Philipp, Alter. Die sollte ja gar nicht so gut sein. Ah, Shotgun, die ist Liebe. Ja, aber egal. So, ich hoffe, dass du gleich fertig bist. Jetzt will ich es einmal nicht reichen. Ey, ich hab doch mit... Ich nehm doch grad auf, du Trottel. Ja, das ist gut. Was? Was? Boah, wirklich. Meine Teammates sind so unfähig, ne? Richtig schlimm. Das finde ich jetzt auch schon. Wie toll? Kannst du mal von ausgehen? Ne, das darf ich nicht. Oh, dann Wimser. Oh, dann Wimser! Du hast die geilsten Teammates der Welt, Alter. Wirklich, krass. Echt jetzt? Meinst du das ernst? Die spielen mit, äh, MG und Zielsuche, alles, Alter. Richtig schlimm. Ja, aber ich meine jetzt so von der Teamfähigkeit halt. Ja, dann ja, aber die spielen so nicht verkrüppelt. Einfach kackten Waffen, also, Scheiße. Sonne! Auf geht! Yeah, yeah! Viel sie! Schlucken! Yeah, yeah! Oh mein Gott. Deine Teammates sind aber auch die Besten. Auf jeden Fall. Die allergeilsten sind das. Oh mein Gott. Was? Meine Schüsse für die nächste Sättigkeit lockerer geholt. Ganz flockig. Ich glaub dir das. Oh, wir haben mal ein Orbi, Alter, geil. Ach, geil. Nein! Mann! Alter, wirklich? So nervig, ne? Ja. Hm... Ja. Na, na execute 좋은 Bedeveloper. So here, sheeres Yard. So her, her 이렇게 kämpft. Boah, ey, wirklich, da hast du solche Teammates, die sind nur am Campen. Meine Teammates sind cool. Was mach ich hier? Man fragt sich. Was machst du da oben schon? Ich hab geguckt, ob da hinten einer ist und was machst du am Headcatch-Auto? Bitte nicht töten. Nur angehitzt, nur für dich. Boah, ich bin so froh, ich mag das ganz gern, aber wenn man mich angehitzt. Ich bin voll geflasht, Alter, ich seh nix mehr. Alter, ich seh gar nix mehr. Verpiss dich schon. Ich bin das gar nicht. Ich bin schon tot. Meine Teammates campen alle oben im Haus, ne? Du brauchst einfach nur durch die Wände schießen. Mach ich mal. Hab nur Hitmarker bekommen. Okay, Leute, wir verabschieden uns so langsam von diesem Gameplay. Ähm. Der gute Sean hat natürlich bestens abgeschnitten mit einem... Ja, okay, war jetzt ein bisschen scheiß, dass wir gehen und lange gespielt haben. Aber wir wollten euch mal vielleicht ein etwas besseres Gameplay. Und von Sean kommt demnächst auch was besseres. Also, bis dahin. Bis doch mal. Wie toll. Wie toll. Wie toll. Wie toll. Wie toll. Wie toll.